MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Freitag, 24. April 2020. Hilft Rauchen gegen das Coronavirus? Die Übersterblichkeit durch Covid-19 ist drastisch gestiegen, in Deutschland aber nicht. Woran liegt das und ist das ein Argument, weitere Lockerungsmaßnahmen zu erlauben? Und Verwirrung um mögliches Medikament gegen Covid-19, Remdesivir. Hilft es nun oder nicht? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Lassen Sie uns zu Beginn über ein wenig erfreuliches Thema sprechen und zwar über Todeszahlen. Die neuesten Angaben zur sogenannten Übersterblichkeit in 24 europäischen Staaten zeigen, wie drastisch die Zahl der Toten zwischen Mitte März und Mitte April in Europa zugenommen hat. Laut Euromomo des europäischen Mortalitätsmonitors lag die Übersterblichkeit bei fast 50.000 Personen innerhalb von vier Wochen. Das heißt, zwischen Mitte März und Mitte April sind zehntausende Menschen über 65 Jahre mehr gestorben als sonst durchschnittlich in diesem Zeitraum. Bevor wir die Hintergründe so ein bisschen besprechen, wollen wir so einen kleinen Exkurs zum Thema Euromomo machen. Was muss man darunter verstehen, wer es noch nicht weiß? Das Euromomo ist eine, das gibt es seit etwa zehn Jahren und ist eine Einrichtung, wo man feststellen kann, wie viele oder wo alle Mitgliedstaaten melden im Prinzip, wie viele Menschen in der letzten Woche gestorben sind. Das ist als Einzelangabe gar nicht mal so eine tolle Sache, weil natürlich diese Meldezahlen oft verzögert sind und viele haben auch ungenaue Daten. Aber wenn man das dann über das ganze Jahr und über die Mittelwerte sich ansieht, kann man da relativ genau erkennen, wenn zum Beispiel eine Grippewelle ist, wie viele Tote die insgesamt mehr verursacht hat in den Wintermonaten als die normale Sterblichkeit. Und so kann man durch mathematische Verfahren eben diese sogenannte Übersterblichkeit bestimmen. Das heißt, man schätzt da ab, wie viele Menschen sind denn in der Erkältungswelle oder in der Grippewelle gestorben. Und das ist im Moment eben gerade interessant, natürlich für die aktuelle Covid-19-Diskussion, weil wir wissen wollen, wie viele Menschen tatsächlich jetzt hier aktuell sterben und ob das überhaupt so einen großen Einfluss hat. Werden wir gleich darüber sprechen, noch ein bisschen hintergründig Übersterblichkeit, auch Exzessmortalität genannt. Wir hatten ja schon ab und zu darüber gesprochen und zwar in Bezug auch auf die drastischen Zahlen bei der Grippewelle 2017, 2018. Damals forderte die Grippewelle 25.000 Todesopfer. Die tödlichste Grippewelle seit 30 Jahren wurde da getitelt. Aber man muss immer wieder dazu sagen, wir reden ja nur über Mathematik, oder? Ja, das sind Rechenmethoden, die auf gewissen Annahmen beruhen und wo man einfach vorher definieren muss, wann nimmt man jemanden da mit rein, von wann bis wann geht die Grippewelle und wie schätzt man die Zahl der Toten überhaupt ab. Ich bin nicht so sicher, dass man manchmal, und man muss ganz wichtig unterscheiden, zwischen der Übersterblichkeit, die sozusagen einfach alles in dem Zeitraum berücksichtigt. Da sind auch Leute dabei, die vielleicht Atemwegsinfektionen hatten, aber an was ganz anderem gestorben sind. Und das ist diese berühmte Diskussion, ist man sozusagen mit der Grippe gestorben oder an der Grippe gestorben? Das Gleiche haben wir jetzt bei Covid-19. Und diese Exzessmortalität überschätzt da tendenziell. Wenn Sie wirklich jetzt jeden einzelnen testen würden, was man bei der Grippe ja überhaupt nicht macht, dann würden Sie natürlich feststellen, dass ganz viele von denen gar nicht die echte Grippe hatten. Sodass also 25.000 Tote in der Exzessmortalität können Sie nicht vergleichen mit 5.000 Toten durch Covid-19. Weil die Covid-19-Toten sind ja alle, jeder Einzelne ist diagnostiziert worden. Und da hat man festgestellt, jawohl, der hat wirklich einen positiven Test auf Covid-19. Also das eine sind Zahlen, Hochrechnungen, das andere sind echte Menschen, abrechenbar mit Totenscheinen. Man weiß ganz genau, woran er gestorben ist. Ja, genau. In Europa und damit konkret zu werden, ohne Deutschland, also Europa ohne Deutschland, da sind innerhalb von vier Wochen zehntausende Menschen mehr gestorben als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Bei den über 65-Jährigen lag die sogenannte Übersterblichkeit bei fast 50.000 Menschen. Ist das jetzt ein Beweis für die Gefährlichkeit des Virus? Das glaube ich schon, ja. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass dieses Virus so gefährlich ist. Ich glaube, da hat in der letzten Zeit keiner mehr ernsthaft daran gezweifelt. Auch die früheren Vergleiche da mit der Grippe, das ist, glaube ich, vollkommen vom Tisch. Dieses Virus ist sowohl von der individuellen Gefährdung, dass man daran sterben könnte, wenn man infiziert ist, als auch natürlich auch insgesamt für die Bevölkerung ist das eine gefährliche Sache und wohl auch gefährlicher als die Grippe. Das wissen wir natürlich nicht wirklich, wie es sich dann am Ende einpendeln wird. Ganz klar ist auch, das zeigen diese Sterblichkeitszahlen von Momo eben jetzt, dass also die über 65-Jährigen ganz besonders betroffen sind. Und wenn man diese 50.000 nimmt und die auf die 24 Länder runterrechnet mit allen Spezifikationen, ist es dann immer noch eine besonders dramatische Situation? Ja, das meine ich schon. Also es gibt hier verschiedene Berechnungsmethoden, wie man sich das genau anschauen kann. Letztlich muss man sich das immer so vorstellen, es gibt ja sozusagen den Normalzustand. Und der Normalzustand ohne diese Covid-19-Welle, den kann man sich so vorstellen als so eine Gauss-Glocke, wer das noch so aus der Schule kennt, ja, diese berühmte Glocke, wo es einen Mittelwert gibt und Abweichungen nach oben und nach unten. Und da macht man das eigentlich dann so, dass man sagt, wie viele Abweichungen liegen wir eigentlich außerhalb des Normalwertes? Also wie weit sind wir außerhalb des Normalwertes? Das heißt dann in der Statistik der sogenannte Z-Score oder Z-Score. Wenn man sich diesen Z-Score ansieht, ist es so, dass viele europäische Länder, also insbesondere Italien natürlich, Spanien, Frankreich, Großbritannien, die liegen deutlich außerhalb des Normalen. Die haben also einen deutlich erhöhten Z-Score. Man kann es in Standardabweichungen angeben. Und die sind also deutlich über eine Standardabweichung höher. So eine Standardabweichung ist ja immer, die erste Standardabweichung heißt quasi, dass 68 Prozent aller Bevölkerung befasst sind, eingeschlossen sind. Und zwei Standardabweichungen wären 95 Prozent. Das heißt also, das ist weit überhalb des Zweidrittel Normalen, kann man sozusagen. Also Zweidrittel des Normalbereichs sind schon überschritten. Deutlicher Hinweis darauf, dass diese Sterblichkeit hier wirklich was zu tun hat damit, dass hier diese Erkrankung eine Rolle spielt. Und leider ist es auch so, dass Schweden also ganz besonders betroffen ist. In Schweden ist es auch so, dass wir eine Erhöhung dieses Z-Score sehen und damit eigentlich den Beleg haben, dass die bisherige Strategie nicht so richtig funktioniert hat. Genau. Der schwedische Sonderweg von Schweden nach Deutschland. Deutschland spielt bei der Übersterblichkeit eine absolute Sonderrolle. Für Deutschland ist bislang keine Übersterblichkeit festzustellen. Nach offiziellen Angaben starben bei uns etwa 5000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in diesem Zeitraum, also Mitte März bis Mitte April. Was sagt uns das? Naja, also die Sterblichkeit, also wenn man einfach den Verlauf der Toten und den Verlauf der Infektionen ansieht, da werden ja auch immer diese berühmten Prozente, Quotienten gebildet, mit denen ich nicht so glücklich bin. Aber wenn man sich nur den Verlauf ansieht, muss man schon sagen, Deutschland ist jetzt nicht so weit weg von allen anderen. Wir haben ein bisschen niedrigere Mortalität nach wie vor, aber es ist nicht so ganz ungewöhnlich. Und man muss jetzt die Frage stellen, warum zeigt sich das in der gesamten Mortalität nicht? Es ist so, dass ja einige gesagt haben, ja schaut mal her, da sieht man es ja ganz toll, die Deutschen haben es ganz wunderbar gemacht und das ist der Erfolg unserer Eindämmungsmaßnahmen. Da möchte ich hier vorsichtiger sein und zwar aus folgendem Grund, es ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass Deutschland überhaupt diese Mortalität, also diese wöchentliche Sterblichkeit überhaupt nicht erhebt. Also das ist ein Thema, was also lange, lange schon in der Diskussion ist. Uns werden auch von der europäischen Seuchenbehörde, ECDC, werden uns auch da ernste Vorwürfe schon lange gemacht. Wir haben aus Deutschland keine wöchentlichen Mortalitätsdaten, weil wir keine bundesweite Mortalitätserhebung haben. Das wird alle Jahre wieder diskutiert, das war 2009 bei der Schweinegrippe auch schon ein Riesenthema. Zwischendurch habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen aus den Augen verloren, aber es ist so, da macht diese europäische MOMO-Agentur, die macht das letztlich folgendermaßen, die nimmt Werte aus zwei Stichproben in Deutschland, weil das die einzigen sind, die sauber erhoben werden und das ist das Land Berlin und das ist das Land Hessen. Und diese zwei Länder sind die einzigen, aus denen man Daten hat, die man eigentlich separat aufbaut, ausweisen kann. Es wird auch in diesem MOMO-Score dann zum Teil auch separat ausgewiesen. Und da wissen wir natürlich alle, das ist ja dieses Thema, ist das eine Welle hier in Deutschland, die bundesweit einheitlich ist, die man insgesamt mit einem R zum Beispiel wiedergeben kann? Da ist die Antwort für die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts, nein, das kann man so nicht sehen. Es sind einzelne Herde, die so hochexplodieren. Und da müsste man jetzt einfach mal schauen, wenn eben nur Hessen und Berlin als Referenz genommen werden und von da hochgerechnet wird auf den Bundesdurchschnitt, da muss ich jetzt zugeben, die Zahlen habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich habe den Verdacht, dass das der Grund ist oder ein Grund sein könnte, warum in Deutschland wir scheinbar überhaupt kein Problem mit diesem Covid-19 haben, während alle anderen erhöhte Mortalitäten haben. Das heißt also, wenn man wenig misst, dann stellt man wenig fest. Das ist ein Vorwurf, den machen wir ganz oft Entwicklungsländern, die keine Daten erheben. Aber hier gilt es mal für Deutschland. Wir haben eben nur in zwei Ländern diese Mortalitäts-, zwei Bundesländern die Mortalitätsstatistik sauber. Und wir melden den Rest nicht und wir wissen den Rest auch gar nicht. Das steht auch noch auf dem kleinen To-Do-Zettel, dem berühmten, den jeder während dieser Pandemie hat und wo angeblich beim nächsten Mal alles besser werden soll. Also da wäre ich deshalb vorsichtig, das so zu interpretieren. Aber wie fehleranfällig ist das? Also gibt es dann kein statistisches Mittel sozusagen, was das dann auch plausibel macht? Ja, das ist, wenn Sie, da brauchen Sie eine gleichmäßige Grundverteilung, heißt das dann immer. Also wenn Sie feststellen wollen, zum Beispiel, wie ist das mit den Noten von Schülern an drei verschiedenen Schulen und jeweils in fünf verschiedenen Klassen und Sie gehen davon aus, dass die Schüler alle gleich sind, dann können Sie natürlich sagen, wir nehmen mal den Mittelwert aller Noten und dann haben wir eine Aussage, zum Beispiel wie in Bayern oder in Sachsen-Anhalt oder so, die Durchschnittsnoten sind. Wenn Sie jetzt aber da eine Schule dabei haben, die in irgendeinem Brennpunktgebiet ist, mit lauter prekären Schülern und die andere Schule ist vielleicht eine Privatschule, wo die Schüler nachmittags noch Nachhilfe kriegen und ähnliches, dann dürfen Sie das nicht miteinander vergleichen. Da haben Sie unterschiedliche statistische Einzelelemente. Und so ist es hier meines Erachtens auch. Die Bundesländer Berlin und Hessen, die sind als Stichprobe für die gesamte Bundesrepublik meines Erachtens nicht geeignet in dem besonderen Fall, weil wir ja wissen, dass die Hauptbrennpunktgebiete für die Covid-19-Ausbruch sind Bayern, ist Baden-Württemberg, ist Nordrhein-Westfalen, vielleicht noch Hamburg. Aber im Grunde genommen gibt es ja sozusagen Hotzones in Deutschland und andere, die es nicht sind. Und ich würde mal sagen, Hessen und Berlin gehören nicht zu den Hotzones. Und das könnte man natürlich dann statistisch versuchen, irgendwie rauszurechnen und versuchen dann doch irgendwie eine Aussage daraus zu quetschen. Das ist aber meines Wissens hier nicht gemacht worden, sodass man also sozusagen nicht auf die Bundesländer gucken darf, die wenig Covid-19-Fälle haben und dann daraus schließen, dass es in ganz Deutschland wenige gibt, also die Mortalität dann gering ist. Ich hätte jetzt so ganz naiv gedacht, man hat jetzt diese beiden Bundesländer, Hessen und Berlin und man schaut sich dann, wenn man zum Beispiel nicht richtig mitteln kann, aber auf der einen Seite hat man Ostdeutschland, wo es verhältnismäßig wenig in Anführungszeichen Covid-19-Fälle gibt und auf der anderen Seite hat man Westdeutschland, wo das überproportional viel ist. Und dass sich das von diesen beiden Bundesländern dann hochgerechnet wieder sozusagen auf Deutschland dann wieder mittelt. Ist das eine Möglichkeit? Ja, das ist durchaus möglich. Also das macht man ja auch bei der normalen Influenza. Diese 25.000 Influenza-Toten, die müssen ja auch irgendwie geschätzt worden sein. Und das ist eben auch deshalb eine fehlerbehaftete Schätzung, weil man eben keine echten Mortalitätsziffern aus ganz Deutschland hat. Und da versucht man das genauso. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht exakt, wie das korrigiert wird, aber genau, was Sie vorgeschlagen haben. Wir nehmen dann so eine Normalverteilung, so eine Poissonverteilung an von den einzelnen Fällen. Wir korrigieren die dann, je nachdem, wie viele Influenza-Fälle gemeldet wurden. Es gibt ja auch Meldungen direkt ans Robert-Koch-Institut von der Diagnostik her. Es gibt auch so ein Netzwerk, wo Influenza-Erkrankungen von Praxen mitgeteilt werden. Und diese Faktoren werden übereinandergelegt, um dann eine saubere Schätzung zu machen, eine vernünftige. Das haben wir aber alles bei Covid-19 nicht. Also wir haben da eigentlich nicht so eine etablierte Korrekturbasis, sodass wirklich sich die Frage stellt, wie das hier gerechnet wurde. Ich kann mir vorstellen, dass man das versucht und versuchen wird, aber formulieren wir es mal als Fragezeichen. Es ist also nirgendwo hinterlegt, ob das korrigiert wurde. Und falls es so wäre, dass also nur die Daten von Berlin und Hessen, die also typischerweise zum Euromomo gemeldet werden, hier verwendet wurden, dann wäre das natürlich eine Verzerrung nach unten. Was jetzt nicht so schlimm ist, man muss ja Daten nicht überinterpretieren. Ich warne nur davor, wenn dann Politiker gerne und zum Teil auch Wissenschaftler diese Daten übernehmen und sagen, ja schaut mal her, das ist der Beweis dafür, dass wir so toll gearbeitet haben. Ja eben, ich wollte gerade sagen, was bedeutet das eigentlich jetzt für diese 5.000 und für unsere nicht vorhandene Übersterblichkeit in dieser Zeit? Wir haben einfach 5.000 Tote, die sind verdammt tot und das ist ein Fakt. Und die Übersterblichkeit, ob die jetzt sozusagen statistisch da ist oder nicht, wissen wir nicht. Es gibt vielleicht noch eins, was wichtig ist. In allen Mitgliedstaaten der EU, also diejenigen, die bei diesem Euromomo mitmachen, sind nicht ganz alle, da ist es ja so, dass wir immer das Problem haben, dass dann erheblicher Verzug ist. Also diese Sterbemeldungen sollen wöchentlich sein, aber wöchentliche Meldungen heißt, da werden dann zum Teil Fälle gemeldet, die sind dann zwei Monate vorher oder noch länger vorher gestorben. Sodass wir eigentlich von vergangenen Influenza-Saisonbetrachtungen, das ist ja sozusagen der Standard für die Standardanwendung hier, da wissen wir einfach, das hat eigentlich erst einen Sinn, wenn die Saison zu Ende ist und dann wartet man gern mal noch bis zum frühen Herbst und dann schaut man sich mal die Zahlen retrospektiv an. Das ist übrigens auch bei großen Versicherern so, wenn die so bei solchen Ausbrüchen wissen wollen, wie viele Tote hat es denn wirklich gegeben, die warten immer erst mal ab, bis wirklich alle Zahlen im Kasten sind und dann machen sie die Mathematik. Und das ist hier also bekannt, dass sich das erheblich nachschleppt, schon bei den Ländern, die also besser melden als wir. Und dann muss man eben sagen, in Deutschland, wie gesagt, ist das Ganze eine Schätzung, sodass ich jetzt sagen würde, um es ganz kurz zu machen, diese angebliche niedrige Mortalität in Deutschland sagt im Moment gar nichts. Genau, nicht überbewerten. Wir sind ja am Ende der ersten Woche der Lockerung und haben eine offiziell nicht spürbare Exzessmortalität. Und auf der anderen Seite gehen durch die Medien Bilder von vollen Innenstädten. Was löst das in Ihnen aus? Ja, also ich verstehe die Bundeskanzlerin, die hat ja gestern, sagt man so, ihre Ministerpräsidenten zurückgepfiffen und zur Vorsicht gemahnt. Das ist egal, ob man da jetzt auf das R schaut, was trügerisch sein kann oder auf andere Parameter. Die wichtigen Parameter sind eigentlich, erstens haben wir die Alten in Sicherheit gebracht und die anderen Risikogruppen. Zweitens haben wir Gesundheitsämter, die alle Fälle, die neu auftreten, nachverfolgen können. Und drittens sind die Intensivkapazitäten ausreichend für die Fälle, die gerade so kommen. Der dritte Parameter ist meines Erachtens bei uns im Moment im grünen Bereich. Die anderen beiden sind es nicht. Und in dieser Lage kann ich jetzt die Bundeskanzlerin verstehen, egal ob sie das jetzt anders begründet hat als ich gerade, dass sie sagt, seid mal vorsichtig, dass wir hier das, was wir hier erlangt haben, nicht gleich wieder verspielen. Also wir sollten als, wenn ich es richtig so verstehe, als Gesellschaft diese spürbare, nicht vorhandene Übersterblichkeit jetzt nicht als Beruhigungspflaster nehmen. Das ist ja wie gesagt eine Zahl, die überhaupt nicht zur, das sollte man am besten gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ich weiß natürlich, dass dann immer die Interpretationswelle losläuft, aber ich glaube, das ist ja ganz, es ist ganz klar, dass wir mit der Zahl im Moment überhaupt nichts anfangen können, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und meines Erachtens ist es so, bei der ganzen Öffnungsdiskussion, die ja jetzt immer heißer läuft im Moment, wir müssen einfach endlich unsere Hausaufgaben machen. Hausaufgaben heißt eben vor allem, die Alten zu sichern und die anderen Risikogruppen. Und solange nicht FFP2-Masken in den Altersheimen sind, solange dann auch Personal arbeitet, was also unter ganz prekären Bedingungen selbst lebt und deren Familie überhaupt nicht auf dem Radar der Infektionsschützer sind und die man natürlich genauso gut schützen müsste wie die Alten selber letztlich, damit sie die Krankheiten nicht reintragen, solange es in den Altersheimen keine eindeutigen guten Protokolle gibt, wie man mit der Hygiene umgeht, sondern sich jeder irgendwie selber was ausdenkt, so mehr oder minder. Solange sind wir eigentlich nicht in der Lage, große Lockerungen zu machen, weil jede Lockerung wird dazu führen, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und das ist aber auch zugleich, wenn Sie so wollen, die Gebrauchsanweisung, was man machen muss. Man muss halt das erledigen, das ist meines Erachtens machbar. Und wenn es erledigt ist und man das Gefühl hat, die ganz besonders im Risiko stehenden Menschen hat man halbwegs geschützt, dann kann man auch großzügiger sein mit Lockerungsmaßnahmen. Aber wenn Sie die Bilder der vollen Innenstädte sehen, wie groß sind da Ihre Hoffnungen? Also ich bin ja zum Glück kein Psychologe. Also es ist einfach, ich verstehe die Menschen schon. Jetzt kommt dann wieder Sommer und die wollen jetzt natürlich raus. Es gibt ja auch Dinge, die sind schwer nachzuvollziehen. Wenn man jetzt sagt, im Biergarten rein theoretisch, die Menschen würden draußen sitzen und hätten alle zwei Meter Abstand und bei näherem Kontakt vielleicht auch noch zusätzlichen Mund-Nasen-Schutz auf, dann muss ich natürlich sagen, aus epidemiologischer Sicht gibt es dann irgendwie schon eine Möglichkeit, das zu realisieren und den Menschen zu erlauben. Und ich verstehe, wenn dann die Kritik aufkommt und man sagt, wieso dürfen wir das jetzt nicht? Weil ja ganz viele inzwischen gut verstanden haben oder relativ gut verstanden haben, wo die Gefahrensituationen sind und wo nicht. Das muss man dann, glaube ich, die Politik muss das dann differenzierter machen. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich kein Politiker bin. Also die Ordnungsbehörden haben natürlich dann auch ein Problem, wenn man zum Beispiel Biergarten eröffnet. Und ich kann mir vorstellen, dass die da durchaus drüber nachdenken. Was machen wir dann, wenn in den Biergärten die Leute sich doch alle eng an einen großen Tisch setzen? Wie soll die Polizei das kontrollieren? Wie sollen die da eingreifen? Und möglicherweise sind solche Überlegungen, die dann sagen, nee, dann verbieten wir es lieber ganz. Also das ist so eine Diskussion, die muss meines Erachtens die Politik führen. Und ich habe mich über die gestrige Generaldebatte da im Deutschen Bundestag sehr gefreut, weil die Politik sozusagen angefangen hat, überhaupt mal inhaltlich über das Thema zu sprechen. Nur noch einen abschließenden Satz. Wie groß sind Ihre Befürchtungen, dass wir diesen relativ guten Weg, den wir eingeschlagen haben, jetzt aufs Spiel gesetzt haben? Bis jetzt haben wir es nicht aufs Spiel gesetzt. Was da bis jetzt beschlossen wurde, ist die Frage, wenn man das konsequent umsetzt, dann ist das, glaube ich, kein Risiko, was wir da eingehen. Natürlich wird es einzelne Ausbrüche geben. Das ist immer so. Das muss man auch ganz offen kommunizieren. Was wir hier machen, ist eine Lockerung letztlich des Lockdowns, ganz offensichtlich, in kleinen Stufen. Wie groß die Stufen sein sollen, ist die Frage. Und was man offen kommunizieren muss, ist, dass dadurch natürlich mehr Menschen krank werden und die Gesundheitsämter mehr zu tun haben und leider auch die Intensivstationen mehr zu tun haben. Und wahrscheinlich wird man es irgendwo dann auch in der Sterblichkeit sehen, also in der Mortalität sehen, dass mehr Menschen sterben. Das ist sozusagen der Preis der Freiheit. Und darüber muss die Gesellschaft einfach mal offen diskutieren. Tja, fragt man Virologen, kriegt man eine Antwort von einem Virologen. Völlig klar. So ist das. Über Biergärten kann ich Ihnen nicht so viel sagen. Obwohl Sie Münchner sind. Also das müsste doch eigentlich in Ihrer DNA sein. Nicht alle Münchner sitzen in den Biergärten. Was? Das glaube ich nicht. Herr Kekuli, wir müssen noch über eine Meldung sprechen, über die sehr viele Menschen diskutieren. Im Netz wird diese Meldung wie verrückt geteilt. Uns erreichen auch viele E-Mails, Anrufe. Es klingt ja auch paradox. Seit Jahrzehnten warnen Mediziner vor dem Rauchen von Zigaretten. Doch das im Zigarettenrauch enthaltene Nikotin könnte gegen Covid-19 helfen. Herr Scholz aus NRW ist nur einer von vielen, der uns geschrieben hat. Er schreibt, laut einer Studie ist Nikotin plötzlich gut gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2. Davor waren Raucher stark gefährdet. Kann diese Studie überhaupt korrekt sein? Sollte ich mir als Nichtraucher Nikotinpflaster kaufen? Kekuli, Sie merken, die Menschen sind verunsichert, oder? Ja, diese Pressemeldungen gehen aber auch wirklich hoch wie eine Rakete. Das ist, ja, also ich habe mir das mal genauer angeschaut. Das ist, die Basis ist eine wirklich ganz interessante Beobachtung. Die ist zwar nur eine Einzelbeobachtung, aber wir haben das noch nicht insgesamt ausgewertet. Aber es gibt die Beobachtung, dass Menschen, die im Moment gerade aktive Raucher sind, also nicht ehemalige Raucher oder sowas, sondern welche, die zurzeit rauchen, dass die seltener schwere Covid-19-Erkrankungen haben. Das ist, Statistik ist natürlich immer fehleranfällig. Und da ist es so, dass man natürlich nicht genau weiß, ob diese eine Studie sich jetzt bestätigen wird. Das muss man erst mal abwarten. Darum wäre ich da erst mal geduldig. Aber das ist natürlich eine interessante Entdeckung, dass Raucher irgendwie weniger häufig schwere Erkrankungen haben, möglicherweise. Und weil das ja im vollen Widerspruch zu dem steht, dass natürlich Rauchen, die zum Beispiel COPD macht, diese chronische Lungenerkrankung, und auch weitere Erkrankungen, Herz-Kreislauf und Ähnliches und noch ganz viele andere schlimme Sachen, die alle eigentlich ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf bilden. So ist das so ein scheinbarer Widerspruch. Und da gibt es einen sehr, sehr berühmten französischen Neurologen, den habe ich sogar durch Zufall mal als Student selber kennengelernt. Der heißt Jean-Pierre Changeux. Der war lange am Pasteur-Institut in Paris und ist ein sehr intelligenter Mann. Der hat sich beschäftigt in der Neurologie mit den Signalstoffen, den chemischen Signalstoffen, die zwischen den Nerven agieren. Die Nerven sind ja nicht nur elektrische Kabel, sondern da gibt es dazwischen mal so Schaltstellen, wo Chemikalien ausgeschüttet werden, um das elektrische Signal an das nächste Kabel weiterzuleiten. Dazwischen so eine Art chemische Schaltstelle zwischen den verschiedenen Kabeln, die die noch sich an die Biologie erinnern, die wissen, dass diese Dinger Synapsen heißen. Und da gibt es einen Rezeptor, den Acetylcholin-Rezeptor. Und dieser Rezeptor gibt es zwei verschiedene Sorten und der eine heißt Nikotinartiger Acetylcholin-Rezeptor. Und jetzt kommt es, der Name deutet schon an, dieser Rezeptor wird eben stimuliert durch Nikotin. Und weil der durch Nikotin stimuliert wird, passiert jetzt Folgendes, und das ist eine Sache, die weiß man auch schon länger. Wenn der durch Nikotin stimuliert wird, dann deaktiviert er in der Zelle den Rezeptor für dieses Angiotensin-konvertierende Enzym, ACE2, über das wir schon mal gesprochen haben. Das ist wiederum die Stelle, wo das Virus andockt. Oder anders gesagt, wenn man Nikotin in der Lunge hat, dann wird dieser Anker, wo das Virus andockt, reduziert, also abgebaut. Da gibt es dann weniger. Das heißt, dann kann dann auch weniger Nikotin, weniger Virus andocken. Und wir wissen und vermuten, dass diese Menge der Rezeptoren in der Lunge, dass die eine Rolle spielt für die Schwere des Verlaufes, weil wir zum Beispiel bei Diabetikern und bei anderen Menschen mit bekannten Risiko auch wissen, dass diese Rezeptoren wiederum zu hoch sind, also zu viele da sind. Und was dann heißt, dass das Virus leichter rein kann. Und jetzt hat der Jean-Pierre Jean-Jeux gesagt, naja, also wenn das so ist, und außerdem hat er übrigens diesen Acetyl-Chiolin-Rezeptor, den hat er entdeckt vor langer Zeit, dafür ist er ganz berühmt geworden. Und dann sagt er also hier, mein Rezeptor, der könnte ja eigentlich eine Rolle spielen, weil das Nikotin könnte ja sein, dass das genau die Stelle ausschaltet, an denen sich das Virus festhalten will. Und da hat er, finde ich eigentlich, ich habe mir das durchgelesen, so eine ganz, das ist nur so eine Überlegung, aber er hat das ganz intelligent formuliert und hat es verbunden mit einer Beobachtung, die man schon länger hat, nämlich, dass dieses Virus ja manchmal, dieses Covid-19 ja manchmal so Geruchsstörungen macht. Das ist beim Teil der Patienten wirklich beschrieben, dass die gerade am Anfang der Erkrankung so Geruchsstörungen haben, sie riechen irgendwie plötzlich nichts. Und das geht dann auch manchmal erst so zwei, drei Wochen nach Ende der Krankheit zu Ende. Und da sagt er, aha, da kennen wir doch Phänomene von anderen Viren, nämlich, das kennt man von Polioviren, die Kinderlähmung machen, dass die, und von anderen auch noch, dass die manchmal über diesen Geruchsnerv ins Gehirn krabbeln können und von dort aus die Infektion starten. Und das ist jetzt eine Vermutung, dass das möglich ist und dass sowohl an diesen Geruchsnerven möglicherweise aber dann auch in der Lunge über eine Fehlregulation dieser Acetylcholin-Rezeptoren quasi die Angriffsfläche für das Virus vermindert werden könnte. Und sagt dann, naja, Nikotin könnte ein Therapeutikum sein. Also völlig abwegig ist das nicht. Ich würde sagen, das muss man auf jeden Fall ausprobieren. Und ich weiß, dass die in Frankreich, da lieben sie natürlich Jean-Jeux, schon dabei sind, diese Idee zu prüfen. Da sind sie jetzt ganz wild dran. Das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass solange man kein Nikotinpflaster hat, eine Zigarette es auch tut. Ich will da aber keine Werbung für machen. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt, viele Raucher werden zur Prophylaxe jetzt in die Raucher-Ecke gehen. Ich fange gleich das Rauchen selber an, als das überzeugt der Nichtraucher. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Es ist so, aufgrund einer ganz hypothetischen, ganz hypothetischen möglichen Verbindung würde ich niemals wagen, die ganzen Nebenwirkungen des Rauchens auf mich zu nehmen. Und ich bin auch nicht dafür, jetzt irgendwas mit Nikotinpflastern auszuprobieren, weil wir auch gar nicht wissen, ob das nicht vielleicht lokal wirken muss. Aber wissenschaftlich ist das interessant. Praktisch hat es aus meiner Sicht überhaupt keine Richtung, dass man was empfehlen darf. Okay, weil aber, das habe ich gelesen, die Pariser Ärzte, die wollen jetzt in der Tat präventiv und sogar therapeutisch diese Nikotinpflaster dann den Patienten verteilen. Also da geht man sogar noch einen Schritt weiter. Naja, das ist aber dann medizinisch. Die sind natürlich unter medizinisch kontrollierten Bedingungen, wird das jetzt untersucht, ja. Und das würde ich als Arzt auch sofort machen. Wir suchen ja hier bei dieser antiviralen Therapie und auch bei der Prävention natürlich, suchen wir ja verzweifelt nach irgendeinem Anhaltspunkt. Das wäre ja ganz toll, wenn wir irgendwas hätten, was auch nur die Sterblichkeit um ein paar Prozent reduzieren würde. Und das ist zumindest vom Mechanismus hier interessant. Aber es ist bis jetzt nicht mehr als eine Spekulation. Aber eine, solche Spekulationen lieben Naturwissenschaftler, weil das natürlich, wenn man den ganzen Mechanismus sich sofort vor Augen führen kann und der Jean-Jean ist bei diesen Sachen auch immer ganz gut, der kann es ganz toll und plastisch erklären. Und er ist also, wie gesagt, ein großer Star in Frankreich. Ich mache jetzt mal den Verschwörungstheoretiker, die Tabaklobby, die reibt sich da auch schon die Hände. Aber wir sind gespannt, was... Ich weiß nicht mehr, ob der geraucht hat. Das ist eine Sache, das steht bestimmt demnächst in der Zeitung. Ich will jetzt nicht meine Erinnerung strapazieren. Ich habe da so einen Verdacht. Aber das wäre eine interessante Frage, ob der früher geraucht hat. Wir sind gespannt, was Sie herausfinden und werden es in dem einen oder anderen Podcast mal nachreichen. So, wir müssen noch mal über ein Medikament sprechen, über das wir schon ab und zu gesprochen haben, und zwar über Remdesivir. Es gibt da jetzt große Verwirrung um dieses Medikament. Eigentlich ein Ebola-Mittel, das ja als aussichtsreichster Kandidat oder einer der aussichtsreichsten Kandidaten galt, zur Behandlung von Covid-19. Wir hatten über die guten Eigenschaften gesprochen, doch es gab jetzt einen Rückschlag. Wie bewerten Sie den? Ja, also da ist... Der Rückschlag ist natürlich in vielerlei Hinsicht interessant. Es ist so, dass, so wie ich das auch nur gelesen habe, die Weltgesundheitsorganisation wohl auf ihrer Website aus Versehen, und das ist ja schon mal was Interessantes, das aus Versehen präliminär vorläufige Daten der Firma Gilliard hier veröffentlicht hat, über eine Studie aus China, die abgebrochen wurde, und wo aber danach dann doch, weil doch ziemlich viele Probanden sich beteiligt hatten, hat man gesagt, wir veröffentlichen das trotzdem. Es sollten eigentlich 453 Probanden da mitmachen. und am Schluss hatte man nur eine kleinere Zahl, ich weiß jetzt gar nicht genau, 158 hatte man die Remdesivir bekommen haben, lese ich ja gerade ab, und 79 haben als Kontrolle nichts bekommen, also Placebo. Diese Studie ist deshalb gefährlich für Remdesivir, weil das die erste ist, wo zumindest die Daten vorliegen, die eine echte Doppelblindstudie war. Das ist dieses Thema, dass man, wenn man ein Medikament untersucht, eigentlich das untersuchen muss, immer gegen eine alternative Therapie, gegen eine Standardtherapie, miteinander vergleichen muss, und am besten ist es, wenn weder der Patient noch der behandelnde Arzt weiß, wer was kriegt. Also man bildet zwei Gruppen zufällig, gibt dem einen das Placebo, also eine unwirksame Tablette oder Infusion, die genauso aussieht, in dem Fall ist es eine Infusion, und dem anderen gibt man das echte Medikament. Das eine ist der Kontrollarm, der da nichts kriegt, und der andere ist eben der Studienarm, wo man es ausprobiert. Und dieses Verfahren heißt Doppelblind, weil eben sowohl der Arzt als auch der Patient nicht wissen, oder weder keiner von beiden weiß, wo jetzt das Medikament drinnen ist. Und das ist so eine Studie, die natürlich letztlich der Goldstandard immer ist. So eine Studie ist es zum ersten Mal gewesen, deren Daten jetzt bekannt geworden sind. Und da sieht es leider gruselig aus. Die haben das relativ gründlich gemacht, das Originalstudienprotokoll, die kann man ja immer ganz toll bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde, FDA, also bei der Zulassungsbehörde, kann man sich die immer anschauen. Und da ist es so, die Studie ist wirklich sehr klug gemacht gewesen. Mehrere Krankenhäuser in China. Wir nennen das dann Multi-Center-Studie. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, weil man will vermeiden, dass so Spezialitäten an einem Krankenhaus möglicherweise die Studie verzerren. Und man hat gesagt, wir schauen uns das jetzt einen Monat lang an, vier Wochen, und wir haben sechs Stufen. Die unterste Stufe ist Tod und die oberste Stufe ist Patientes entlassen. Und dazwischen gibt es noch so Intensivstation mit Beatmung, ohne Beatmung, normale Station und so. Stufe 1 bis 6. Und man hat gesagt, wenn sich mindestens zwei Stufen das verbessert durch das Remdesivir oder die Kontrolle, dann gilt es als Wirkung. Und diese Wirkung ist eben bei Remdesivir und bei den Kontrollpatienten exakt gleich. Also da ist kein, wie wir sagen, statistisch signifikanter Unterschied. Das heißt Versager, Failure. Also die Studie heißt, das Medikament, das Prüfmedikament hat keine Wirkung, keine nachgewiesene Wirkung. Und das ist natürlich ein knallhartes Urteil. Das kann man höchstens noch zugunsten von Remdesivir sagen, das waren alles Patienten, die vom Einschlusskriterium her relativ schwer krank sein mussten. Man hat gesagt, dass die weniger als 94% Sauerstoffanteile im Blut haben dürfen. Normal ist so 98, 99. Also das waren schon Leute, die schon echte Probleme mit der Lunge hatten durch das Covid-19. Aber trotzdem, also dass es nun so gar nichts gebracht hat, ist natürlich tragisch. Die Firma ist ja dann an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, wir wurden falsch dargestellt. Wo wurde man denn da falsch dargestellt? Ja, die haben zwei Gegeneinwände gebracht. Was sollen sie machen in der Lage? Erstens haben sie sich natürlich beschwert, dass die WHO, das ist der Dritte, das veröffentlicht ohne Zustimmung. Das ist tatsächlich etwas, das geht ja gar nicht. Soweit stimmt es wahrscheinlich. Zweitens haben sie gesagt, die Studie ist ja noch gar nicht abgeschlossen gewesen. Die ist sozusagen unvollständig gewesen, weil man ja nicht genug Probanden hatte. Also man wollte viel mehr haben. Dann ist in China die Lage ja so, dass es kaum noch schwerkranke Patienten und ganz wenig Fälle nur noch gibt, zumindest offiziell. Und deshalb konnte man keine mehr rekrutieren für diese Studie und musste dann früher aufhören mit weniger Patienten. Aber ich habe mir das genauer angeschaut, diejenigen, die da ausgewertet wurden, die sind nun alle so, dass die schon diese vier Wochen natürlich hinter sich gebracht haben. Das heißt also, die Tatsache, dass man jetzt weniger Patienten hatte, hat nicht dazu geführt, wie natürlich Gilliard das hier jetzt erst mal sagt, dass die Studie dann sozusagen vom Ergebnis unbrauchbar ist. Sie ist nur von der Aussage Kraft sozusagen nicht ganz so groß, weil je größer die Stichprobe, die man hat, desto besser ist so eine Studie. Also daher ist es von der Aussage, hat es nicht mehr so viel Power. Aber ich würde sagen, auch von der Zahl der jetzt hier tatsächlich hineingenommenen Personen, Patienten, 237 Patienten insgesamt statt 450, 452 sage ich jetzt mal. Also das kann man einfach nicht vom Tisch wischen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Daten vollständig waren, bereits am 30. März. Das kann man gemeinerweise alles bei der FDA nachlesen. 30. März ist jetzt schon drei Wochen her und in der Zeit sind ja viele Berichte erschienen darüber, wie toll eigentlich dieses Remdesivir wirkt. und man muss dann schon die Frage stellen, wie viel davon hat eigentlich Gilead zu dem Zeitpunkt gewusst, weil was sie natürlich nicht machen dürfen ist, riesig Werbung für ein Medikament machen, wo sie vielleicht schon in der Schublade eine Studie haben, und zwar die einzige Goldstandard-Doppelblind-Studie, die da große Zweifel dran sehen würde. Der Aktienkurs ist abgestürzt, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Noch ganz kurz, die deutsche Arzneimittelbehörde sieht Chancen für Covid-19-Medikamente noch in diesem Jahr. Der Leiter der Behörde sagt aber, bisher haben wir für kein Arzneimittel ausreichende Wirksamkeitsbelege. Ist jetzt dieser Rückschlag so groß, dass Remdesivir nach Chloroquin, wir haben darüber gesprochen, jetzt auch aus dem Rennen fliegt? Ja, das ist dieses Bild, was ich immer gerne gebrauche. Manche sagen, ja, das ist ein Wundermedikament. Es gab jetzt leider auch eine sehr renommierte Wochenzeitung, die also damit aufgemacht hat, dass dieses Mittel uns dann vielleicht alle retten könnte. Ich finde, man darf nicht so Optimismus schüren für Medikamente, die noch in der Prüfung sind. Aber man kann leider und muss leider das umgekehrt anschauen, wie Sie es richtig sagen. Irgendwann fliegt der eine oder andere aus dem Rennen und damit ist er quasi gestorben. Ich glaube, bei Remdesivir ist es dafür noch zu früh, das zu sagen, es laufen noch mindestens fünf weitere große Studien. Davon sind einige auch solche Doppelblindstudien. Aber es würde mich jetzt persönlich wundern, wenn dieses Medikament in einer der anderen Studien eine deutliche Wirkung bei den Schwerstkranken hat. Weil, das muss man auch dazu sagen, die Wirkung, die wir bisher gesehen haben, waren eigentlich immer bei Patienten, die gar nicht so schwer krank waren. Und bei diesen Schwerkranken hier ist es wirklich in jeder Hinsicht ein Rohrkreppierer gewesen. Übrigens auch die Viruslast ist nicht reduziert worden dadurch. Das hat man auch noch gemessen, wie viele Viren eigentlich überhaupt da sind. Und auch selbst da, bei der virologischen Seite, hat es keinen Effekt gehabt. Also ich befürchte, mit einer 80-Prozent-Wahrscheinlichkeit ist es so, dass wir für die Schwerstkranken mit dem Remdesivir nicht mehr so viel Hoffnung haben dürfen wie vorher, würde ich mal sagen. Ich würde noch nicht so weit gehen, den richtig sozusagen rauszuschubsen, aber es ist kurz davor. Eine weitere Studie in dieser Art würde bedeuten, dass das Medikament unbrauchbar ist. Wir sind dann gespannt, wenn dann diese Studie rauskommt oder vielleicht passiert da noch ein Wunder oder wir setzen dann auf ein anderes Medikament, welches wir dann hier mal ordentlich besprechen werden. Herr Kekulé, wir kommen zu den Hörerfragen. Wir haben eine sehr aufmerksame Hörerin, die noch eine Nachfrage hat. Wir hören mal rein. In der Folge Nummer 30 haben Sie, Herr Kekulé, gesagt, dass das Klinikpersonal mit speziellen Antikörpertests getestet wird, mit vernünftigen, haben Sie die genannt, genau. Ja, welche Art von Antikörpertests sind das? Das ist vielleicht auch eine Klinikmitarbeiterin. Ja, also die Tests, mit denen man das macht, natürlich leider nicht überall. Es wäre ja schön, wenn man das überall machen würde. Aber wenn man jetzt wirklich klinikpersonal testet, in der Situation ist man manchmal, dann nehmen wir den Test, das kann man, glaube ich, an der Stelle sagen, von der Firma Euroimmun. Das ist der, der CE-zertifiziert ist und dessen, sage ich mal, Aussagekraft unter anderem im Labor von Christian Drosten in Berlin getestet wurde. Und nach den Angaben des Herstellers ist es so, dass dieser Test bisher keine Kreuzreaktion mit den anderen vorhandenen Coronaviren gezeigt hat. Also diese Coronaviren, da gibt es ja vier Typen, die immer zirkulieren und die immer da sind und wo viele Menschen Antikörper dagegen haben können. Und bisher hat, sagt zumindest der Hersteller, es da keine Kreuzreaktion gegeben. Ich gehe davon aus, dass dieser Test nicht so gut ist, wie manche, die schon seit vielen Jahren im Markt sind und immer weiter optimiert wurden. Ich gehe davon aus, wenn man eine größere Zahl von Patienten untersucht und sich das genauer anschaut, dass man dann doch Ausfälle findet. Das heißt also, manchmal Antikörper findet bei Menschen, die gar keinen Kontakt mit Covid-19 hatten, weil eben dann doch aus Versehen die Antikörper gegen eines der anderen Coronaviren nachgewiesen wurden. Das wäre für die gesamte Epidemiologie aber keine schlimme Sache, weil wir ja letztlich Tests brauchen, die überhaupt mal einen Überblick über die Hintergrundaktivität oder also über die Zahl der sonst immunisierten Personen geben. Das war ja dieses Thema mit der Heinsberg-Studie, wo dann gesagt wurde, ja, der Antikörpertest ist vielleicht nicht so gut, den die da gemacht haben. Das mag schon sein, die haben den gleichen Test genommen, auch diesen Euroimmun-Test. Das mag schon sein, dass der Test noch optimiert werden muss, aber für eine epidemiologische Betrachtung sind Fehler, sage ich mal, 5 Prozent Fehler oder sogar bis zu 10 Prozent Fehler eigentlich kein großes Problem. Das kann man rausrechnen. Das ist ja eine andere Situation, als wenn Sie einen Aids-Test machen und wollen wissen, habe ich jetzt Aids, ja oder nein, da wollen Sie natürlich absolut sicher sein. Also daher bin ich bei dem Test ganz optimistisch. Es gibt einen weiteren, der jetzt dieser Tage rauskommt von der Firma Roche. Die haben also den auch auf die Vollautomaten gelegt, sodass man einen relativ großen Durchsatz hat. Wie immer wird da das Problem sein, dass man natürlich Lieferschwierigkeiten hat. Das ist gar nicht so einfach, in großen Mengen solche Tests herzustellen. Die Firma Roche hat da jetzt extra so Verteilungsmuster, das Verteilungsschema da entwickelt, dass sie quasi sagt, nach bestimmten Prioritäten kriegen bestimmte Kliniken jetzt da diese Tests geliefert. Aber ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, hier zuverlässige Tests zu haben. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch, wie am Anfang meine Kollegen zum Teil auch waren. So, wir sind am Ende und wie immer gibt es eine positive Geschichte. Am Ende normalerweise gibt es für Sie und wir machen das erste Mal in dieser Podcast-Reihe, brechen wir das Format auf, denn ich habe ja in der gestrigen Ausgabe gefragt, unsere Hörer, nach ihren positiven Geschichten in der Corona-Zeit. und wir haben viel Post bekommen. Zum Beispiel hat eine Hörerin angerufen, sie möchte jetzt, hat uns eine E-Mail geschrieben, so ist es richtig, sie möchte jetzt ihren Namen nicht nennen, kein Problem. Sie erzählt die Geschichte des jüngsten Familienmitglieds. Sie schreibt, jede Zeit regt Kinderfantasie auf ihre Weise an. Raphael, fünf Jahre, hat sich heute Morgen selbst beauftragt, die ganze Wohnung auf Coronaviren abzusuchen. Das geschieht fachmännisch, mit einer Lupe. Nach positivem Befund ist sein Zimmer jetzt Corona-Sperrzone und abgeriegelt. Angehängt an die Mails sind Fotos, sie zeigen an Raphael mit einer Lupe die Oberfläche eines Möbels untersuchend. Also wenn der Raphael mal nicht Virologe wird, oder? Ja, ich glaube sowieso, dass ganz viele junge Menschen, vielleicht ein bisschen älter als Raphael, in dieser Phase sich denken, Mensch, so Virologen, das sind doch heldenhafte Berufe. Oder auch denken, das will ich auf keinen Fall machen. Ich kann nur davor warnen, was man so an der Oberfläche sieht von unserem Job. Das ist normalerweise eine ganz, ganz relativ trockene Angelegenheit, wo man im Labor ist, wo man mit Politikern sich auseinandersetzen muss, die einem kein Geld geben wollen für die Forschung und ähnliches. Also ich hoffe, dass da nicht Leute in die Virologie einsteigen, die falsche Vorstellungen davon haben. Raphael, und man muss dann ganz gut in Mathe sein. Das ist auch wichtig. Also überleg es dir. Herr Kekulé, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Gerne, dann bis morgen. Dann zu einem Kekulés Corona Kompass Spezial nur mit Ihren Fragen. Sie wollen was wissen? Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell Kekulés Corona Kompass Adaman Kekulés Sektor Gerne Kann Sektor 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 Sektor